Wir machen morgen Poetry Slam, der heißt Dead or Alive, Tote Dichter gegen lebendige Dichter. Und ich glaube, das wird ein Megaspaß werden, dieses Format, weil es wirklich komplett, muss natürlich immer improvisiert sein im Slam, aber da treffen wir Leute aufeinander, die haben sich echt auf der Bühne, die sind sich auf der Bühne noch nie begegnet, wie zum Beispiel Mathieu Carrière, Dieter Jäger und die Slammer-Crew, die dabei ist. Ich glaube, das wird ein Riesen-Spaß hier werden. Ich glaube, das wird ein Riesen-Spaß hier werden.